Hallo Welt, da sind wir wieder und wir haben in der letzten Folge am Ende hier die Eroberungsserie gefunden und dachten, ja gut, wir probieren es mal aus. Du bist zur Zeit auf Spielersuche. Bin ich? Bin ich eigentlich gar nicht. Naja, dann sehen wir wenigstens mal, was das ist. Oh, up in smoke. Das Kojotenrudel, okay. Die Dandys, okay. Das Kojotenrudel und die Dandys. Aber gibt's hier nicht zwei von acht, oben steht acht. Wähle ein Team oder sieh dir Spieler von das Kojotenrudel an. Ja, das sind jetzt aber keine echten Menschen, oder? Oh, die sehen doch ordentlich aus hier. Spiele, Spieldetails. Teams legen Sprengstoff im gegnerischen Versteck und beschützen ihr eigenes. Das Team, das das gegnerische Versteck zerstört, gewinnt die Partie. Ach, Quatsch. Nee, komm, da brauche ich gar nicht weiter zu gucken. Das ist nichts für mich. Beenden. Ja, die Leute, ja, das ist nichts für mich. Das ist ja rein PvP. Nee. 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 Ich will nur so ein bisschen rumrennen und hier ein bisschen weiterkommen. Und jetzt sind wir wieder wo ganz anders. Oh nein, unser Pferd ist wieder weg. Weg acht, das ist doch schon wieder... Oh nein, unser Pferd ist wieder weg. Oh nein, unser Pferd ist wieder weg. Ja, Einladung kann nehmen. Ja, das hat ja schon Spaß gemacht, zu zweit zu jagen vorhin. Und das war allerdings ein anderer, meine ich. Wir gucken uns das später nochmal an. Ich bin so ziemlich am Ende der Aufnahmesitzung, deswegen will ich jetzt nichts Großes mehr anfangen. Also, das können wir dann vielleicht ein andermal wirklich machen. Was ist denn hier mit dem Material los? Was ist denn da passiert? Ah, du hast Waren hergestellt. Ah. Die Kugeln sehen gut. Das ist eine gute Qualität. Na, dann müssen wir das aber erstmal wieder auffüllen hier bei dir. Aber ich glaube, du hast dir eine gute Gegend dafür ausgesucht. Wollten wir uns nicht den Kochtopf mal angucken und den Kochtopf holen? Ja, ich habe keinen Schimmer, wo wir den Kochtopf herbekommen können. Wollten wir uns nicht den Kochtopf mal angucken. So ein kleiner Weißwedelhirsch hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die wären größer, mächtiger, ein wenig. Das war noch ganz Junge hier. Ich bin ein wenig. Ich bin jetzt gesund. Und das sieht mir ja nach einem richtig guten Ort aus zum Jagen. Man kann weit gucken. Weißwedel-Irsche scheint es hier zu geben. Die einzigen drei, die es hier gab, haben wir jetzt abgeschossen. War das ein Pferde? Keinen Fehler machen. Waschbär. We're well-stocked for the time being. setzt er mich im vogel vielleicht so ein kleiner aber mit dem pfeil bleibt ja nichts übrig von dem ding das ist kein vogel das ist ein stein es 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 man wir sind zu laut oder wir sind zu laut Es ist schon ein paar Jahre lang, die Vorwolle sind. Die Vorwolle sind in der Rufe. Das hat's never been happened. naja kann ja nicht immer klappen aber ich denke mal nachts werden hier noch ganz andere tiere unterwegs sein als tagsüber können wir den köder wieder einsammeln cool cool östliche wildruthäne drei stück cool 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 Wo kommen das Wildschweinfeld auf einmal her? Ach, das war auf dem Pferd. Da, tägliche Herausforderungen abgeschlossen. Das sind mittelgroße, ja Ratten werden kleine wahrscheinlich. Oh nein, wiederbeleben. Du sahst aus wie ein anderes Tier in der Dunkelheit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was können wir damit jetzt machen? Hm? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Echt jetzt? Du hast das Pferd jetzt zugeritten, aber es hat immer noch einige Eigenschaften eines Wildpferdes. Du kannst es noch nicht satteln oder Verbundenheit aufbauen. Echt jetzt? Wow, das finde ich ja genial. Also man muss immer gegensteuern, stand da gerade. Das finde ich viel besser hier ohne Sattel. Ja. Ja. Du kannst schon schauen. Du kannst dich gleich einfach lieber ganz gut überlassen. Du kannst dich selbst nicht unterhalten. Du kannst dich nicht unterhalten. Hm. In der Luft müssen Sieger nicht mehr? Ja. Da, du kannst du. Jetzt bin ich ohne! Zu dir nicht. Du kannst du. Ich bin. Was ist das? Geh! Ob wir das verkaufen können? Naja, ich möchte eigentlich zurück und die Tiere alle einsammeln. Jetzt haben wir zwei Pferde. Und ein wildes davon. Busch. Geh! Schuss! Okay. Wir haben doch so eine Bürste gekauft. Können wir es striegeln? Nein, striegeln können wir nicht. Hm. Aber jetzt können wir auch nicht mehr aufsteigen. Doch! Wir haben noch gerade so viel gejagt. Wo ist das denn alles? Ja. oh man sind die alle weg jetzt das bringt ja auch also nichts dass man mehr werden sich irgendwelche tiere schon weggepickt haben das bringt also nicht viel wenn man das so macht wie wir das jetzt gemacht haben dass man also gleich drei vier tiere tötet egal die tiere dann später abholt das funktioniert nicht da ja okay gerade sind doch die aasfresser die haben sich die doch bestimmt geholt ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir sind gut gestoppt für den Zeitpunkt. Ich nehme alles, was ich kann. Schade aber auch. Wir haben bestimmt vier erwischt von denen. Und ein Pferd. Ach, wir sind so ausgepowert. Ich dachte, unser Pferd wäre das, das neue. Stein. Ja. Vielen Dank. A son to me on there. Das kann sich doch nicht quälen die ganze Zeit hier, ohne uns was zu sagen. Ja. 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 Ja, wenn hier noch irgendwas liegen würde, dann würde uns das wahrscheinlich schon angezeigt werden. Ah, ich will immer kurz davor zielen, weil in Skyrim läuft das irgendwie so. Aber hier muss man genau, wenn es rot ist, dann abdrücken. Ja, oder? Ist doch so. Da ist die Physik der Pfeile etwas anders als hier. Meine ich. Kann man sich nur schwer abgewöhnen und auch in anderen Titeln ist das so, meine ich. Hier ist der Pfeil schnell, der Pfeil. Wenn rot ist, dann ist rot. Dann trifft man. Fertig. Ach, am Ende der Folge sind wir schon wieder. Ja. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nichts. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020